Küchenhelden unterwegs, zum Thema wussten Sie schon. Herr Viertler, was haben wir denn hier für ein tolles Gerät? Zum Thema asiatische Küche oder was? Ja, absolut. Das ist ein Induktionswok und zwar ein mobiler Induktionswok. Induktionswok in die Arbeitsplatte, ganz normal, gibt es von Mehle. Wir haben das Ding kreiert, damit es eben mobil ist und man kann es auch mit auf die Terrasse nehmen. Das bedeutet auch zur Sommerzeit mit rausnehmen, anstatt Grillen, Wok raus. Genau, viel besser. Besonderheit hier ist auch noch, dass die Induktionsspule bei dem Wok bis oben an den Rand läuft. Das heißt, ich habe eine komplette Hitze sofort verfügbar in der ganzen Wokpfanne, nicht nur punktuell von unten. Das ist ja fantastisch. Das heißt, man kann auch sehr viel in die Pfanne reinmachen und oben wird halt auch noch mit angebraten. Also man kann viele Leute damit versorgen, auf gut Deutsch. Und es wird eben ganz schnell durchgegart. Das ist ja das Wichtige beim asiatischen Kochen. Klasse. Ja, ich würde sagen, asiatisches Kochen, auf diese Art und Weise macht es wirklich mehr Spaß.